Hallo Leute, da sind wir wieder hier bei Paper Mario. Wir werden mal mit Colorado reden, da wird uns bestimmt... Ich kenne dich doch, Alter. Willst du mich eigentlich hier gerade verarschen? Hast du Alzheimer oder was? Wir haben doch schon geredet. Schätze sind gut, da ist Kohle, ne? Ja. Ja, stimmt, ich habe das ja mal irgendwann gefunden, den Kack, Alter. Junge, wir haben das eigentlich schon längst fertig. Aber ich denke, wir sind schnell später. Ist hier irgendwas? Hier ist, äh, ein Ball. Oh, shit. Sind wir jetzt hier? Pinocchio oder was? Wollt ihr meinen, äh, ganz frummtisch. Was los, Colorado? Ich habe auch schon viel, viel, tief ins Glas geschaut, ey. Ich kann mich an nichts mehr erinnern. Hier ist ein Säugetier. Ja, aber richtig, richtig Bock, in der Mall reinzugehen, Junge. Was soll man machen, ne? Es scheint, äh, was von mir? Was ist hier Sache? Okay. Wie wäre es, wenn du herkommst? Wir haben keine Zeit zu verlieren. So, das ist noch ein Erstangriff, oder? Nein, was zur Hölle? Ich weiß nicht, ob ich Ärger suche, aber wir können uns gerne prügeln. Das ist nicht das Problem. Komm, machen wir das. Also, was soll's, ne? Einfach ein bisschen hier aufladen, ein bisschen geile Action schieben. Was machen wir einfach mal? Eins. Wat? Ich kann jetzt nicht springen. Was soll ich denn jetzt machen? Soll ich nichts mehr machen, oder was? Ich merke schon. Ähm, Nitrit wechseln. Komm mal her, Goombario. Ein bisschen dunkel jetzt hier. Achso, wir sehen ihn jetzt nicht, oder was? Machen wir das. Einfach mal ab. Einfach aus Spaß. Was ist einfach hier ein bisschen Action schieben? Ne, komm her, ey. Ich bin, ich bin bereit. Ja? Hast du gemerkt, was? So, du hast dich als nicht würdig erwiesen. Wir brauchen echt was, um die Scheiße hier zu machen. Na, machen wir hier. Wenn ich jetzt schon nichts anderes machen kann, dann kutzeln wir ihn halt ein bisschen. Äh, wurscht, ne? Soll ich den Angriff denn blocken? Ich hab doch keinen Plan. Aber wir können jetzt mit dem Hammer angreifen. Das ist natürlich schon mal etwas. Der macht auch viel Schaden. Das ist natürlich nicht schlecht. Der kann mir nicht mehr meinen Hammer klauen. Ich hab' ich ja meine Schuhe jetzt wieder. Natürlich nicht. Also auch da, meine Schuhe ist wieder da. Dann machen wir halt Sprung Plus, ist mir auch egal. Oh, Junge, ey, wenn du jemals wieder da... So. Wie du machst das jetzt auf einmal vier? Radar zum Einschaden gemacht. Man muss nicht alles verstehen. So, jetzt bist du sowas von dran. Was ist das normalisiert? Boah, sechs. Sollte aber hier vorbei sein. Wollte ich doch meinen. Gut, wir haben ordentlich... Oh, fast schon so... Ja, hier ein paar Ordenspunkte heißt das dann doch wohl. Fischmann, da fischlipp mich, aha. Ja, das ist natürlich nicht so nett. Oh Gott. Aber was der hier drin hat, ey, ein Zeug. Puppt der mich jetzt oben raus, oder was? Ja, das ist der Traum hier des Kleppners, ne? Glaub's nicht. Glaub's nicht. Oh, nein. Du Irrer. Dr. Mario, egal. Nicht ganz so coole Tricks. Ich habe... Was willst du? Bist du jetzt auf einmal hier der Boss, oder was? Wie viele Sternen später haben wir denn? 17. Damit kriegen wir, glaube ich, noch nichts Geiles. Das ist nicht so schön. Wir werden aber erst mal nochmal schlafen eine Runde, ne? Kleine mit zu schlafen hier. Uns gönnen. Ich weiß, ich sollte mich eigentlich mal auch um diese Portale kümmern, um das Warp-Zeug. Aber... Ich habe irgendwie nicht Bock. Man kennt das ja, wenn man da keinen Bock hat, dann hat man da keinen Bock. Was ich machen werde, ist aber einen Superpilz noch kaufen. Oder? Oh, ja, wo haben wir jetzt einfach mal einen gekauft? Ich weiß nicht, wie viel ich noch habe. Gucken wir nochmal, was der Ordens-Typ gerade so verkauft, ne? Dann wird das nämlich auch geklärt. Ich gucke mal kurz was nebenbei. Ich laufe mal dabei. Ich schreibe mal kurz was. Kann man doch alles hier machen, ne? Ihr kennt das ja. Düt, 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 düt. Immer so nebenbei hier, so Zeug. So, jetzt aber. Jetzt will ich es wieder richtig hier. Action schieben. Das scheint doch was Geiles zu sein. Gesamt-KP um 5. Das würde ich ja gerne haben. Gesamt-KP um 5. So, ich komme gleich wieder. Wobei der Scheiß-Laden. Ich glaube da. Verkaufen was. Und dann holen wir uns diesen KP plus 5 on. Und dafür werden wir dann, ähm, gucken, was wir dafür wegtun. Aber sowas ist natürlich geil. Dann brauchen wir nämlich erstmal auch nicht mehr auf KP gehen. Hallo. Wie kann ich dir verkaufen? Welche sind wir zu verkaufen? Kein Wack-Kick. Ein Super-Sirup. Schneepul. Super-Soda. Muss irgendwie ein Geld kommen. Okay. Verkaufen wir das erstmal. So viel, ähm, habe ich nicht noch was im Lager, was ich verkaufen kann? Lagern. Nix lagern. Ich will das mitnehmen. Was soll der Scheiß jetzt? Mitnehmen, okay. Ähm, Schäfchen. Ja, noch eins mit. Nein, ich will nix mehr mitnehmen. Ich will jetzt verkaufen. Die Scheiß verkaufe ich jetzt. Verkaufen. Das klingt nur... Was ist das denn? Schau mal, hier war kein gutes Geld. Also, Überraschung. Was werde ich hier wieder nicht behalten möchte? Ach, egal. Es geht hier um eine KP plus 5 Ohren. Macht uns ein bisschen tankiger. Hm, das können wir eigentlich ganz gut gebrauchen. Besonders ich, ey. Mehr leben ist immer gut. Ich bin ja nicht der krasseste Super-Ausweicher. Da kann ich mich gerne mal ein bisschen, äh, kräftiger bauen. Was haben wir denn noch hier? Ja, das ist natürlich besser. Ja, nehmen wir die jetzt hier. 550. Ja. Jawollo. So. KP plus. Was können wir denn dafür rausnehmen? Nix. Aber wir werden ja gleich ein Level-Up haben. Dann können wir wieder drei Ordenspunkte reinpacken. Und dann kriegen wir nochmal 5 KP mehr. Was ich sehr geil finde. Was man nicht alles möchte, ne? So. Machen wir das noch. Und dann sind wir wahrscheinlich gleich im nächsten Kapitel. Aber ihr hattet recht mit den Ohren. Das ist echt geil. Ich hab mal überlegt, was ich jetzt mal an Projekten eigentlich hab, die ich gerne machen will. Das wäre einmal Mario und Luigi Partners in Time. Das werde ich hier auf den Kanal bringen. Und Paper Mario 2 werden wir machen. Und, ähm, Super Paper Mario. Und was ich noch machen werde, ist Benju-Tui. Ich hab ja Benju-Kazuma gemacht. Auf meinem anderen Kanal. Auf meinem Einzelkanal sozusagen. Aber da ich jetzt eigentlich fast nur noch hier was machen werde. Zum einen, obwohl hier wenige Abonnenten sind, schauen mehr Leute zu. Was dann natürlich viel krasser ist. Und, ähm, wir haben gut Videos. Zum einen, der Kanal wird nicht vergessen. Weil der Kanal ist ja eigentlich mehr Priorität. Und, wenn Hayes mal endlich wieder Zeit hat. Ich weiß nicht wann. Ich hab schon seit zwei Wochen, glaub ich, nicht mal mit ihm geredet. Keine Ahnung, was los ist. Ähm, wer denn wir... Ähm... Auch wahrscheinlich mal wieder aufnehmen. Wir müssen mal Mario 64 weitermachen. Da haben wir vier Folgen gemacht. Und danach haben wir Monate Pause. Ist nicht schön. Das ist, glaub ich, auch unser einziges Projekt zur Zeit. Oder haben wir da noch irgendwas. Ja, vielleicht mal wieder ein bisschen Mario Party. Mal gucken. Also, das ist alles... Ist die Zeit nicht so einfach, wie man sich das wünscht. Was ich aber auch angedacht habe. Jetzt werde ich bald wieder ein bisschen mehr streamen. Hearthstone. Weil, dann konnte ich noch eine Erweiterung raus. Und dann wird sich die mal gegeben. Haben auch 50 Packs gekauft. Richtig ausgerastet bin ich. Das bedeutet, ähm... Dann werden wir auch mal ein bisschen streamen. Bisschen Deck sparen. Und so ein Shit. Kapitel 5. Aloha auf Lavaland Island. Mal irgendwo nebenbei eingepackt. Drücken wir jetzt weg. Ich weiß, Cube Soldier wird durchdrehen. Aber... Ich hab noch keine Zeit. Colorado geht jetzt richtig einen ab. Der freut sich. Ah, das endet. Das ist Colorado. Das ist natürlich auch schon mal ganz gut, ne? Okay, ja... So gucken wir uns mal hier unten. Wir sind ja hier in exotischen Gebieten. Das bedeutet ja, dass wir vielleicht... Ich schaue mich hoch. Irgendwie weiß ich nicht, wie ich das gemacht habe. Aber ich habe zwei München bekommen. Das ist doch schon mal etwas. Gehen wir weiter. Wer braucht Hilfe? Wir müssen einen Brief. Sehr gut, Colorado. Du bist ein Vorbild für dein Volk. Volk der Coopers. Kann ich nicht ertragen. Wir gehen erstmal weiter und sollen den Brief ein. Oh, okay. Was hat er denn, ey? Hallo, Maui, Junge. Was hat er für... Was will er? Worauf soll ich denn einfach süßig sein, was er hat? Kann er mir das mal erklären? Tropen-Fazzy. Gucken wir uns, was wir geben. So Tropen-Fieber oder sowas. Gelb-Sucht. Keine Ahnung. Ach, fuck it, Alter. Die wollen nicht, wie die ausnuckeln. Das ist ja... Das ist ja... Fun Home hier. Das ist ja auch geil. So. Ich bin leider nur sechs, ey. Sieben wäre geiler. Vielleicht finden wir gleich noch ein Gegner. Dann können wir nämlich noch eben ein Level abmachen. Mann, ey. Colorado, gehst du mir richtig auf die Eier. Gingst du, dass irgendwas gerissen in deinem Leben oder was? Ah, irgendwie so. Ich glaube, ich muss die... Sprint. Also diese Drehungstaste. Was ist die? Was ist die Hölle? Ja. Ein Häuptling habt ihr? Was ist denn los mit euch? Wann haben die Joshi so einen Häuptling? Seit wann haben die überhaupt eine... Seit wann haben die Joshi so was? Ey, Quizmo. Okay. Ich brauche diesen Stern später. Quizmo. Ja, komm, Quizmo. Zeig mir, was du kannst. Also ich zeige dir, was ich kann. Rot. Rot und weiß. Mann. Kommt der mit so altbackenen Dingern, ey. Will mich verarschen. Wenn wir 20 haben, gucken wir mal, was wir kriegen bei... Bei den Säcken. Bin ich mal irgendwo hier Gegner. Achso. Bist du wieder Häuptling oder was? Scheint es aber ganz schön was auf den Rippen zu haben. Okay Leute, wir machen dann hier Schluss und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Paper Mario und dann geht es an der Stelle weiter. Und dann werden wir Lava Lava, keine Ahnung wie er heißt, Lava Island besuchen oder wir sind Na gut, wir sind schon da, wir werden es erkunden, eher gesagt. Und dann werden wir auch 30 Lebenspunkte haben, was richtig geil ist. Ja, mehr gibt es erstmal nichts zu sagen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und Haut rein. Haut rein.